Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play von The Platinum Desk und zwar mit Within Deep Sorrow, ein kleines Horror Indie Game Whatever. Und ja, ich habe gedacht es kann ja ewig nichts mehr raus und ja, das ist ja schon alles. Oh, 1994, das ist aber ein tolles Jahr. Ich kann mir das jetzt durchlesen, aber ich habe keine Lust dazu. Vielleicht ist der Sound ein bisschen scheiße, weil mein Mikro ist mir gestern irgendwie kaputt gegangen, weil ich mein Headset abgelegt habe und plötzlich ist das knack, einmal durch, mittendrin und aber ich kann nicht nach unten gucken, das ist schon mal gut. Also ich hatte auch nicht vor nach unten zu gucken, das wollte ich schon mal von Anfang an klarstellen, das machen wir auch nicht. Oh, halt immer die Schnauze. Ich-ich-ich. Ich-ich che-ich. W-ich-ich. W-ich. Wird mal deutlich. Oh, kann ich mich in mein Bett reinlegen? Na kann ich nicht. Ich will auch gar nicht bei meinem Bett sein. Das wollte ich von Anfang an jetzt hier auch noch klarstellen, dass mein Bett scheiße ist. Das leuchtet nämlich. Oh, ich kann mich da reinsetzen. Dreaming. I'm dreaming. St. William's School. Ich kann nach oben nach unten gucken. Und da oben ist der Mond, der ist Vollmond. Der aussieht wie ein Ei. Oh, ist der schön. Der aussieht wie ein weißes M&M. Da ist was. Ihr habt es alle gesehen, oder? Ich will mich umbringen wollen. Irgendwie hakelt bei mir, bis hier die Kamera ist. Open the door. Police. Da komme ich schon mal nicht rein. Oh mein Gott, ich kann die Öltone holen. Oh, Paperclip. Oh, hier ist ja nichts. Fliegen. Ich weiß nicht, wo ich reinkommen kann. Hat doch schon eh gedrückt. Fick dich, Spiel. Ja, jetzt einmal drücke ich das nicht. Oh, noch eine. Aha. Mann, der Typ ist gut im Schloss knacken. Warum geht die Kamera mit nach oben? Oh, neumlich. Haha. Wir blitzen die Lichter auf. Das heißt, ich muss da nehmen. Popopopopopop in die andere Richtung. Sturm wieder zurück hier ist auch nix Fick dich Fick dich einfach warum will mich das Spiel verarschen Batterien Long life Batterien Ein Glück Wollte ich nur was wofür ich die Batterien geworfen kann Scheißtür Da ist was Taschenlampe Kann ich auch was im dunklen sehen Was ist das Ein Ding hängt da Und dort da Und warum hängt der hier so kacke Ich meine der hängt Meter unter dem da Hat die da jemand zum spaß hingeklebt oder was Was ist denn das Hier Fick dich Ich brauche Feuerlöcher Wenn mir ein Zombie entgehen kann Dann kann ich mich wenigstens schlagen Da rein geh ich jetzt Auf geht's Auf geht's in die dunkle Ecke Ach Da hat mir ziemlich sicher zu sein Ist das was? Nö Wenn hier jetzt irgendwo ein blödes Monster rumläuft Wenn hier jetzt irgendwo ein blödes Monster rumläuft Also ich meine jetzt ein Wie das so blödes Monster Monster Dann ist das echt Verarscherei Da ist bestimmt irgendwo ein kleines Kind das mich rapen will Ja Ich meine So ein kleiner So ein kleiner Bubbel da Der Nehmt mich voll durch Uh 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 Yeah Ich hab ne Sackkarre Sack Studentenprofil Johnston Barker Kenn ich nicht Ja auf jeden Fall WTF WTF Ich kann meine Maus nicht mal richtig bewegen Ich hab bestimmt aber irgendwas tolles gezeigt Hm Ist auch verdammt schwer über so Dinger drüber zu springen Was ich meine Jetzt halt meine Schnauze Jetzt nimm die Kackdinger da doch Du Fichser Du Fichser Du Fichser 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 Aha Ich muss eh gedrückt halten Entscheint Oder? Und statt dass ich einfach drüber klettern könnte Nein das geht natürlich nicht Entschuldigung Oh Gott ne Cutscene Ich will nicht gucken was da passiert Und das ist ein Buch Kann der durch? Glaub nicht Oder doch da kann ich durch Ich kann ja nicht durch Verdammt Ich hab gedacht als geübter Raucher kann ich da locker durch Dieser Käfig hat den Das ist gar kein Schatten oder? Ist das ein Ist das ein Zweiter Käfig im Schatten des ersten? Ich kann doch springen? Das wird mir aber bei den Dingen nicht erklärt Bei der Steuerung Das ergibt mir ganz neue Möglichkeiten Er ermöglicht mir neue ganz neue Möglichkeiten Er ermöglicht mir neue ganz neue Möglichkeiten Die ich noch nicht hatte Vorher Wup 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 Was bist du? Kasse Die Möglichkeiten sind auch begrenzt Wup 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 Ey du Pester Du kannst springen Kommst da nicht über ne pfickten Pappkarton drüber Was bist du denn für einer? Ich mein, geht doch nicht Ich steig fest Springen jetzt in diesem Spiel hier Das sinnloseste, was man machen kann Brecheisen Was kann ich denn mit einem Brecheisen? Eine Tür aufbrechen Oh, ich fiel hier gar nicht rein Ich hab einen Schlüssel gekriegt Oh, fuck! Oh, fuck! 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 Oh mein Gott, der Stuhl schwebt Geh nicht ins Licht Neeein! Er ist weg, scheiße Wieso kommt da so ein Zombie raus? Das war ja mal alles Ja, jetzt kann ich aber nichts mehr sehen Mach die Kacklampe wieder an Du Pizzer! Fuck! Fuck! Das ist voll so ein Hill! Mach die Scheiße auf! Mach die Scheiße auf! Ich will eine verfickte Taschlampe haben! Dieser Fix-Verein hier! Nein, ja absichtlich! Ja, absichtlich! Oh, fuck! Okay dann! Da ist was! Gut, was auch immer ich aufgesammelt habe ist, hat er weitergeholfen Kann ich ja jetzt hier beruhigt nach Hause gehen Scheiße! Fuck! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Bitte funktionier wieder, du verfickte Taschenlampe! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Ah, das sieht ja gar nicht gut aus. Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck! Oh nein! Wo bin ich denn? Wo bin ich? Hier ist kein Licht! It's just a game! Ich seh so einer Scheiße nix! Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe! Haben sie sich das überhaupt überlegt, als sie das Scheißspiel gemacht haben? Lauf ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Wo laufe ich denn hin? Ich glaube, ich stecke irgendwo fest! Fuck! Ich weiß nicht, wo... What the fuck! Da war was! Thom! Da leuchtet was! Da leuchtet was! Da leuchtet was! Da leuchtet was! Da war doch was! War falsch! Das hier bringt mir auch nichts. Oh, das bringt mir doch was. Ich muss das Ding nicht irgendwie ausschalten. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich verfickt nochmal hin muss in diesem Spiel. Das ist doch Verarscherei. Toll, das bringt mir nichts. Du Fickspiel. Ich komme hier nicht raus. Kein Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich habe so keine Lust mehr. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Naja. Ich habe keine Lust mehr. Bis dann. Ciao. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Das bringt ja nichts. Bis dann.